Die Migros ist die grösste Supermarktkette in der Schweiz. Ich bin seit über elf Jahren in der Migros Schweiz für die Neu- und Umbauten in der Gebäudetechnik zuständig. Und die Nachhaltigkeit können wir extrem beeinflussen, wenn wir eine gute Gebäudehülle erhalten. Dann können wir diesen Standort ausschliesslich mit der Abwärme der Produktekühlung beheizen. Wir benötigen nur Strom für die Produktekühlung. Wir haben von der Bauherrschaft ganz klare Vorgaben über Nachhaltigkeit, Ökologie. Wir mussten darum im Vorfeld eine Evaluation machen zwischen verschiedenen Fassadenelementen, Holz, Metall oder eben mit Photovoltaik und Metall. Das Schöne beim LG Solarmodul sind die zwölf Leiterbahnen, die Cello-Technologie, die ein sehr homogenes, schwarzes Erscheinungsbild geben und es wirkt nicht so technisch. Bei den Dreileiterbahnen oder Fünfleiterbahnen sieht man viel mehr, dass es etwas Technisches ist. Deshalb habe ich das dem Architekten vorgeschlagen und der war sofort hell begeistert. Wir haben Neon2Black Module gewählt aus verschiedenen Gründen, nämlich eine sehr hohe äussere Qualität, eine homogene Farbigkeit. Und wir hatten Untersuchungen gemacht gegenüber einer Holzfassade. Das war fast derselbe Preis. Und so haben wir eine sehr nachhaltige, auch unterhaltsarme Konstruktion und Fassade erhalten. Die Vorteile von Neon2Black sind die Masse, die Genauigkeit, die Ästhetik, die schöne Optik, vor allem aber auch die Garantieleistungen. 25 Jahre Produktgarantie und 25 Jahre Leistungsgarantie. Von diesem Projekt heisst das, nach 25 Jahren werden die Module noch über 90 Prozent ihrer Anfangsleistung haben. Im Gesamten sind es 807 Module mit etwa 325 Watt pro Modul. Das gibt eine Gesamtleistung von 262 kW Peak. Die Erträge sind sehr gut, weit über den Erwartungen, die wir gedacht haben. Aufgrund der guten Leistungsfähigkeit dieser Module erzielen diese auch auf der Nordseite im Winter immer noch eine gute Energiebilanz. Und jetzt sehen wir, wir sind komplett auf Kurs. Wir werden auch hier einen Plus-Energie-Bau betreiben können. Also das ist ein Kraftwerk, dieser Standort. Neon2Black ist eines der schönsten Module, die es gibt für Fassaden, aber auch für Dächere. Bei uns gibt es immer mehr Auflagen auf den Dächern, dass die Module schwarz sein müssen. Aber sie müssen auch schwarz homogen eingepasst sein. Und das kann LG Neon2Black bestens bieten. Wir arbeiten sehr gut mit LG zusammen. Es war wirklich ein Erfolg. Alles rechtzeitig geliefert und montiert. Und da sind wir wirklich begeistert, dass die Qualität so top daherkommt. Vorher im Sinne 2. Und das wird eine Möglichkeit, die Qualität so kompatrieren. Vielen Dank.